Schrecklicher Vorfall im Zoo von Osnabrück. Ein Löwe hat dort eine Tierpflegerin angegriffen und verletzt. Die Frau reinigte gerade das Gehege, als die Großkatze sie anfiel. Die Pflegerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist aktuell noch nichts bekannt. Wieso der Löwe nicht weggesperrt war, wird jetzt untersucht. Besucher waren bei dem Vorfall nicht zugegen. Der Zoo ist aufgrund der Corona-Maßnahmen der Zeit ohnehin beschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017